Die fünf Jungs, die wir jetzt gleich hören werden. Zum zweiten Mal sind sie mit dabei bei Art on Ice. Hier sind Gotthard und Galit Scheidt und Sergej Sarnowski. Ja, für den Publikum, es geht weiter mit einem Klassiker aus den 60er Jahren. Blackberry Way heisst der Song und wie gesagt, auf dem Eis, da wird es jetzt spannend mit Galit und Sergej. Applaus Let's go! 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 Musik Musik Musik